Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Hilfe für Zeugen Jehovas. Die leitende Körperschaft verkündet, dass sie als Teil der 144.000 göttliche Eigenschaften bekommt. Stimmt das? Kürzlich wurde ich auf eine Stelle im JW Broadcasting für Februar 23 hingewiesen, welche mich erschüttert hat. Ich sehe darin, wie groß der Hochmut einer herrschenden Leitung sein kann, die kein Korrektiv mehr hat. Diese leitende Körperschaft verkündigt durch Stephen Lett, dass sie jetzt, höre genau zu, dass sie mit Jesus die Auferstehung durchführen könnte und dass sie einmal wie Gott in die Herzen der Menschen sehen kann. Hier der Ausschnitt. Aber bitte bleibt noch sitzen, damit ihr den Schlussvortrag nicht verpasst. Von Bauderlett. Bauderlett überlegt sich ja immer etwas Besonderes. Ihr kennt den Bericht. Er ist sehr traurig, herzzerreißend. Ein zwölf Jahre altes Mädchen war gestorben. Aber was hat Jesus gemacht? Der Bericht sagt, dass Jesus ihre Hand nahm und sagte, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Das Mädchen, eben noch tot, stand sofort auf und begann umherzugehen. Auf welche künftigen Ereignisse weist dieses Wunder hin? Jesus und seine 144.000 Mitregenten werden die Macht haben, die Gräber vollständig zu lehren. Also, die Toten werden wieder zum Leben zurückkommen, denn Jesus wird sie auferwecken. Und dann wird gemäß Offenbarung 20, Vers 14 das leere Grab in den symbolischen Feuersee geschleudert. Es wird für immer beseitigt sein. Niemals wird sich noch irgendjemand dort hineinbegeben. Kommen wir jetzt zur fünften übermenschlichen Fähigkeit von Jesus. Schlagt bitte Matthäus Kapitel 9 auf. Matthäus Kapitel 9 Wir lesen ab dem Vers 3. Matthäus 9, Vers 3 Das ist Gotteslästerung, sagten sich einige Schriftgelehrte. Doch Jesus wusste, was sie dachten und fragte, Warum habt ihr so schlechte Gedanken im Herzen? Jesus konnte also ins Herz sehen, als er hier auf der Erde war. Und als messianischer König erst recht. Jesus und die 144.000 werden ins Herz sehen können. Und was bedeutet das? Als vollkommener Richter über die Menschheit werden sie bei ihren Urteilen keine Fehler machen. Wirklich großartig. Dazu eine kurze biblische Entgegnung. Nur Gott kann die Menschen zur Auferstehung bringen. Sicherlich gab es Menschen, die von Gott gebraucht wurden, um einen toten Menschen zum Leben zu erwecken. Aber, und das ist entscheidend, diese starben wieder. Sie hatten keinen Auferstehungsleib, mit dem sie die Ewigkeit verbringen könnten. Letz spricht aber von der Auferstehung für die Ewigkeit. Dazu folgendes. Nur Gott kann den Menschen zur Auferstehung bringen. Und das lesen wir schon in Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 30. Denn Gott hat Jesus auferweckt. Hier. Und dieser Gott weckt auch alle Menschen auf. 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 14. Dort heißt es, Gott aber hat sowohl den Herrn auferweckt, als er auch uns auferwecken wird, durch seine Macht. Da Jesus selbst Gott ist, wird auch gesagt, dass er sich selbst auferwecken konnte. Hier im Johannes-Evangelium, Kapitel 10, Vers 18. Dort heißt es, ich lese ab Vers 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Und in Johannes 2, Vers 19 sagt Jesus, dass er selbst den Tempel aufrichten wird. Damit meinte er natürlich seinen Körper. Somit kann man Matthäus, Kapitel 20, Vers 19 in zweierlei Hinsicht verstehen, dass einmal der Vater den Herrn Jesus auferweckt hat und einmal er sich selbst auferweckt hat und werden ihn den Nationen überliefern, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen und am dritten Tag wird er auferstehen. Nur Gott kann den Menschen zur Auferstehung bringen. Wie tut er das bei der allgemeinen Auferstehung? In Johannes Kapitel 11, Vers 21 wird folgendes geschildert. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, das, was irgend du von Gott erbitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? So Gott handelt in dem Herrn Jesus. Er, der Herr Jesus, ist nämlich selbst die Auferstehung. Er hat nicht nur die Macht bekommen, Menschen zur Auferstehung zu bringen, sondern er selbst ist der Ursprung der Auferstehung. Überhaupt ist Auferstehung nur durch ihn möglich. Wird hier irgendwo von Menschen gesprochen, die auch Gräber lehren? Was sagt der Herr Jesus noch über die Auferstehung? In Johannes Kapitel 5, Abvers 19, da heißt es, Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, außer, was er den Vater tun sieht. Denn was irgend er tut, das tut auch in gleicher Weise der Sohn. Vielleicht hier schon mal eine Anmerkung. Das heißt nicht, dass Jesus kraftlos wäre, um das nicht tun zu können, sondern seine moralische Verpflichtung dem Vater gegenüber verbietet ihm, etwas zu tun, was der Vater nicht will. Somit kann er nicht etwas tun, was gegen den Willen des Vaters ist. Weiter heißt es, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Und hier wird deutlich, dass der Sohn wie der Vater die gleiche Kraft hat, Tote lebendig zu machen. Der Sohn macht lebendig, welche er will. Er kann das. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern hat das ganze Gericht dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt er den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Hier wird sehr deutlich, dass der Sohn die gleiche Ehre bekommen soll, wie auch der Vater. Deshalb hat der Vater ihm ja auch das ganze Gericht gegeben. Das war der Grund. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Gewalt gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens und das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Hier frage ich auch mal, welche Stimme hören denn die Toten, die auferstehen? Hören die die Stimme auch der 144.000 oder der leidenden Körperschaft? Hat die leidende Körperschaft auch Leben in sich selbst? Denn das benötigt man ja, dass man zur Auferstehung ruft. Das ist nur eine Eigenschaft Gottes. Geschöpfe bekommen Leben, aber sie haben nicht Leben in sich selbst. Und wer ruft nochmal hier Vers 28? Der Kanal Gottes sagt, dass die leidende Körperschaft, ja die 144.000, sie alle die Gräber lehren. Welch ein Hochmut, sich neben den Sohn Gottes zu platzieren. Ich fand keine Bibelstelle, die zeigt, dass Menschen andere zur Auferstehung für die Ewigkeit rufen. Was ist, wenn der Herr Jesus wiederkommt? Paulus sagt im 1. Thessalonicher Brief Kapitel 4, 15-17 folgendes. Denn dies sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Wer kommt? Ja, der Herr Jesus kommt. Und wo sind die 144.000? Was passiert? Der Herr Jesus gebietet den gläubigen Toten, dass sie auferstehen sollen. Und das ist die Auferstehung zum Leben. Dies tut der Herr mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes. Es ist also ein lautes Ereignis, wobei der Herr Jesus alleine gebietend ruft. Der Tufs, dieser treue und verständliche Sklave, hat diese Aufgabe nicht von Gott bekommen. Er hat kein Leben in sich selbst. Er hat nicht die Macht. Und er wird sie auch nie bekommen. Schauen wir uns noch die zweite Behauptung an. Wer kann ins Herz der Menschen sehen? Dazu einige Bibelstellen. Gott hat kein Problem, die Herzen zu erforschen. Sprüche 15,11 In Jeremia 17,10 heißt es Ich, der Herr Jahwe, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, und zwar um einen jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Handlungen. In 1. 1. Könige, Kapitel 8, Vers 39, steht So höre du im Himmel die Städte deiner Wohnung und vergib und tu und gib jedem nach seinen Wegen, wie du sein Herz kennst. Denn du allein, du allein, kennst das Herz aller Menschen, Kinder. Und von dem Herrn Jesus heißt es Und ihre Kinder werde ich mit Tod töten, und alle Versammlungen werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch einem jeden geben nach euren Werken. Es steht in Offenbarung 2,23, wo der Herr Jesus hier zu der Versammlung in Thyatira eine Botschaft gibt. Und in 1. Samuel 16, Vers 7 heißt es Der Mensch sieht aufs Äußere. Und weil die 144.000 auch in der Zukunft Menschen bleiben, werden sie diese Gabe nicht bekommen, die Herzen zu durchforschen. Bei welcher Bibelstelle steht, dass Menschen einmal anderen Menschen ins Herz sehen können? Und zwar so ins Herz, wie Gott selbst ins Herz sieht. Oh ja, Herr Lett hat ja gesagt, dass die 144.000 genau Gericht halten müssen. Und damit sie dies auch richtig tun, müssen sie auch in das Herz der Menschen blicken. Was er aber nicht gesagt hat, ist, wenn die 144.000 in dieser Weise richten, dann müssten sie auch das ganze Leben der zu richtenden Wissen und auch jede Regung bei jeder einzelnen Tat erkennen müssen. Sie bräuchten wirklich göttliche Eigenschaften. Hier ist die Stelle in Offenbarung 20, Vers 4, wo es darum geht, dass Menschen das Gericht bekommen. Ich lese sie mal vor. Und ich sah Drohne und sie saßen darauf und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes, wie nennt, hauptet worden waren. Und die, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten an ihren Stirnen und an ihrer Hand. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus tausend Jahre. Also hier wird von Menschen gesprochen, die Gericht bekommen. Nun, wie ist das zu verstehen? Ich sehe es so wie in Kapitel 19, die Verse 11 bis 16. Da geht es auch um ein Handeln von Menschen und zwar als Kriegsheere. Der Abschnitt heißt Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und er darauf saß, genannt, treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diadem und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist begleitet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit feinem Leinen, weiß und rein. Und aus seinem Mund geht hervor ein zweischneidiges, scharfes Schwert, damit er die Nationen damit schlage und er wird sie weiden mit eiserner Rute und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmens, des Zornes Gottes des Allmächtigen und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Die Kriegsheere, die den Herrn Jesus hier begleiten, kämpfen nicht, da der Herr Jesus nach Vers 15 allein richtet, sein Schwert schlägt. Dabei sind die bei ihm seienden tatsächlich Kriegsheere. Wenn Offenbarung 20, 4 von Menschen gesprochen wird, denen das Gericht gegeben wurde, dann heißt es nicht automatisch, dass diese unabhängig richten. Denn wer hat denn das Gericht bekommen? Es ist doch Johannes Kapitel 5, Vers 22 dem Sohn gegeben. Ihm wurde das ganze Gericht gegeben. Die menschlichen Richter werden dem Herrn Jesus, der der entscheidende Richter ist, beipflichten und seine Urteile unterstützen. So werden sie das Gericht halten. Warum hat nochmal der Vater dem Sohn das gesamte Gericht gegeben? Was war der Grund? Damit der Sohn in gleicher Weise wie der Vater geehrt wird. Wer meint, selbstständig richten zu können, greift nach der Ehre, die nur Gott gebührt. Deshalb hüte dich vor einer Leitung, die sich als Sprachrohr Gottes versteht und eine solche Überhöhung ihrer eigenen Gruppe verbreitet. Wir benötigen Gottes Wort, welches die Wahrheit ist. Gottes Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Gottes Sohn, dass er uns erlöst und uns als guten Hirten zum Vater und ins Vaterhaus führt. Aber wir benötigen keine solche Leitung, die hier wieder gezeigt hat, wer wirklich dahinter steckt. Sei Gott und seiner Gnade anbefohlen. Tschüss.